Gemüse Frittata Circa 25 Minuten, Mediterran Zutaten für 4 Personen, Proportion E 403 Gramm, 429 Kilokalorien, 28 Gramm Kohlenhydrate, 20 Gramm Eiweiß, 26 Gramm Fett, 500 Gramm Pellkartoffeln, einer rote Paprika, 3 früh unbekanntes Zeichen links Zwiebeln, eine kleine Albergine, 3 EL Olivenöl, 6 Eier, 120 Milliliter Milch, 4 EL Geri unbekanntes Zeichen Biener Parmesan, Salz, Pfeffer, Muskat, ein Backofen auf 200 Grad vorheizen, Kartoffeln pellen und in Scheiben schneiden, Paprika putzen und in Streifen schneiden, Zwiebeln putzen und in dicke Ringe schneiden, unbekanntes Zeichen den Albergine putzen, der Länge nachvalbieren und in Scheiben schneiden, 2 Kartoffelscheiben in Öl goldbraun braten, herausnehmen, dann das Gemüse anschwied unbekanntes Zeichen 10 Kartoffeln wieder zu geben, Eier mit Milch, Parmesan, Salz, Pfeffer und Muskat verschlagen und über das Gemüse geben, 3 alles in der Pfanne stocken lassen, im Ofen bei 200 Grad auf mittlerer Schiene circa 10 Minuten fertig braten, Feiner Kartoffelsalat Zirka 60 Minuten, mit Räucherfisch Zutaten für 8 Personen, pro Portion E 450 Gramm, 496 Kilokalorien, 36 Gramm Kohlenhydrate 23 Gramm Eiweiß, 28 Gramm Fett 1,5 Kilogramm festkochende Kartoffeln 4 Schalotten 250 Milliliter Gemüsebrühe 1 Bio-unbekanntes Zeichen Zitrone 3 Avocados 3 Stängel Estragon 300 Gramm Joghurt 200 Gramm Schmand Salz Pfeffer 6 geräucherte Forellenfilis Circa 600 Gramm 1 Kartoffeln mit Schale kochen Schalotten hacken und in der Brühe 3 Minuten ziehen lassen Kartoffeln ausdampfen lassen, in Scheiben schneiden, noch warm mit der Brühe mischen und ziehen lassen 2 von der Zitrone die Schale abreiben, Saft auspressen Avocados vierteln, Kern und Schale entfernen In Scheiben schneiden und mit Zitronensaft mischen Estragon Blättchen fein hacken, mit Zitronenschale, Joghurt und Schmand mischen Salzen und Pfeffern 3 Soße und Kartoffeln mischen Fisch und unbekanntes Zeichen gerecht zerpflücken, mit Avocado unter die Kartoffeln heben Salzen und Pfeffern Asia-Reissalat Circa 45 Minuten plus 1 Stunde zum Ziehen Exotisch Zutaten für 6 Personen Proportion E 357 Gramm 562 Kilokalorien 90 Gramm Kohlenhydrate 19 Gramm Eiweiß 13 Gramm Fett 600 Gramm Langkornreis 300 Gramm Staudensellerie 5 Frühlingszwiebeln 1 Reife Mango 2 Schei unbekanntes Zeichen Benputtenbrust 1 Glaskurbiss süß-sauer 330 Gramm Abtropfgewicht 150 Milliliter heiße Hühner unbekanntes Zeichen Brühe 5 EL Mayonnaise 2 TL Karre Pulver Salz Pfeffer Prozent Bunt Koriandergrün 1 Reis nach Packungsanleitung garen Zelle unbekanntes Zeichen Reh und Zwiebeln putzen und in Ringe schneien unbekanntes Zeichen den Mangofleisch würfeln Putte in Stifte schneiden Kürbis abgießen, Sud auffangen 2 Brühe, Mayonnaise, 5-6 EL Kürbissud und Karre verrühren Mit dem Reis und den übrigen Zutaten mischen, salzen und pfeffern Etwa eine Stunde ziehen lassen 3 vor dem Servieren Koriandergrün hacken und unter dem Salat mischen Ostersalat Zirka 15 Minuten, vegetarisch Zutaten für 4 Personen, Proportion E 287 Gramm 264 Kilokalorien, 8 Gramm Kohlenhydrate 11 Gramm Eiweiß, 21 Gramm Fett 150 Gramm Felsalat, je ein kleiner Kopf Frieske Salat und Radicchio, ein Bund Radischin 4 hartgekochte Eier, ein Bund Still 4 EL Weißen Balsamico Essig 4 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zucker 1 Felsalat putzen Vom Fries 6 EL Salat und Radicchio einige Blätter putzen Den Rest können Sie für ein anderes Gericht verwenden Salat in mundgerechte Stücke zupfen 2 Radischin putzen und in Scheiben schneiden Eier in Viertel schneiden Dill grob hacken Alles in 4 Gläsern anrichten 3 Balsamico, Öl, Salz und Pfeffer verrühren Mit Zucker abschmecken Das Dressing über den Salat verteilen Hähnchenkeulen Zutaten für 12 Stück Proportion E 303 Gramm 437 Kilokalorien 5 Gramm Kohlenhydrate 43 Gramm Eiweiß 27 Gramm Fett 12 Hähnchenunterkeulen 1 Igeflügelbrühe 1 Stück Ingwer ca. 3 cm 2 Knoblauch-unbekanntes Zeichenzehen 4 EL Ketchup 3 EL Pflaumenmus 1 EL Balsamico-Essig 3 EL Sojasauce 3 EL Öl 1 TL Kari 1-ZTL Kiwi-Pulver Salz, Pfeffer Ein Fleisch abspülen und in der Brühe bei kleiner Hitze 25 Minuten garen Hähnchen ausnehmen und abkühlen lassen 2 Ingwer und Knoblauch fein hacken Mit Ketchup, Pflaumenmus, Balsamico, Sojasauce und Öl verrühren Mit Kari, Chili, Salz und Pfeffer pikant abschmecken 3 Backofen oder Grill vorheizen, 180 Grad Hähnchenkeulen mit der Marinade bestreichen und auf ein mit Alufolie belegtes Blech verteilen In 8 bis 10 Minuten knusprig grillen 1 1 2 4